Die Waschmaschine ist mitunter eines der wichtigsten Haushaltsgeräte im Haus. Wenn sie streikt, ist schnelle Hilfe gefragt. Ein Fall für den Profi. Oder doch den geschickten Selbermacher? Für alle Selbermacher beschreibt dieses Video den vorderen Reparaturzugang für Maschinen der Electrolux-Gruppe ab ca. 2009. Im Speziellen handelt es sich um eine AEG Lavamat exklusiv Protex. Dieser Zugang ermöglicht die Reparatur der Türmanschette, der Laugenpumpe und des Türschlosses. Aber Achtung! Arbeiten an elektrischen Geräten sind nicht ungefährlich. Die jeweils gültigen Vorschriften und Richtlinien sind einzuhalten. Im Zweifelsfall sollte aber immer ein Profi gerufen werden. Bevor wir mit den Arbeiten beginnen, trennen wir also das Gerät vom Stromnetz, drehen die Wasserzufuhr ab und entfernen sicherheitshalber den Zulaufschlauch. Dann kann es losgehen. Als erstes lösen wir die zwei obersten Schrauben an der Rückseite des Geräts und entfernen den Gerätedeckel. Es folgt die Waschmittelschublade. Die Arretierung befindet sich hier links im hinteren Bereich der Vorwaschmittelkammer. Im selben Zug lösen wir die Schrauben an der Vorderseite, die den Waschmittelbehälter und das Bedienteil miteinander verbinden. Als nächstes kommen die drei Sechskantschrauben an die Reihe, die das Bedienteil in Position halten. Es folgen die zwei Schrauben des Waschmittelbehälters, ebenfalls Sechskantschrauben. Mit einer Spitzzange lösen wir jetzt die Kabelsicherung an der vorderen Metallstrebe. Danach ist auch die Metallstrebe selbst dran. Dieser ist mit jeweils zwei Schrauben an den Seitenteilen befestigt. Interessanterweise haben die Schrauben unterschiedliche Kopfprofile. Einmal Kreuz und einmal Torx. Jetzt ist es Zeit, das Bedienteil anzuheben, das Steuerkabel abzustecken und ersteres zu entfernen. Ist das geschafft, geht es weiter mit der Türmanschette. Um diese abzunehmen, lösen wir zunächst den Spannring. Der Ansatz befindet sich dafür meist unter dem verdickten Rand der Manschette. Aber Vorsicht, denn soll nicht gerade die Manschette ausgetauscht werden, darf diese nicht beschädigt werden. Anschließend ziehen wir die Manschette vom Falz ab und verstauen diese hinter der Frontblende. Es folgt das Lösen des Türschlosses. Dazu halten wir es mit einer Hand fest und entfernen die dazugehörigen Torx-Schrauben. Jetzt noch kurz zur Seite und nach hinten drücken und schon ist es geschafft. Die Blende des Flusensiebs ist eines der letzten Elemente, das abgenommen wird. Einfach kurz zusammendrücken und schon ist sie gelöst. Danach steht endlich das Entfernen der Frontblende auf dem Programm. Die Schrauben an der Unterseite des Geräts lassen sich aber nur im gekippten Zustand lösen. Eine Sicherung der Maschine durch eine zweite Person ist hier angeraten. Sind die unteren Schrauben gelöst, stellen wir die Maschine wieder aufrecht und entfernen auch die oberen vier Schrauben der Frontblende. Ein letzter Ruck und die Blende ist entfernt. Geschafft! Die von vorne zugänglichen Bauteile können nun ohne Probleme repariert werden. Das sind die Laugenpumpe, ein defektes Türschloss oder aber auch die Türmanschette. Wie das im Einzelnen gelingt, zeigen wir in den verlinkten Videos. Nähere Informationen, Ersatzteile, aber auch empfohlene Servicebetriebe findet ihr auf Dibook. Und nicht vergessen, Dibook abonnieren!